Na... Noch die letzte Folge Minecraft, oder? Ah, ist die letzte schon. Ja. Leider, ja, ja. Ist eh schon viel zu viel wieder. Wir sind nochmal auf der Suche nach dem lieben Temple, er ist hier auch schon. Ich sag mal... Schreib's in Chat, die Koordinaten. Genau. Ja... Was der Chat hier? Minus... Es ist echt schlau mit dem Wasser hier. Oh, ist vielleicht schnell vom Wasser runter. Oh ja, aber ordentlich. Was ist das denn? Ach so. Ja, Minus sollte das heute auch sein. Worst Finger incoming. Ich glaub... Das Gewitter ist schon kein gutes Zeichen. Ja... Ich schreck mich bestimmt noch gleich. Ja... So, ich kann auch mal runter. Wir können ja gerade ausbuddeln, bis wir so ungefähr auf sowas sind. Das ist schon ganz offen. Das ist schon ganz offen. Oh! Das ist schon... Oh! 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 Ganz cool, Lenn. Ganz cool, Lenn. Ganz cool. Oh, das ist gut. Okay, es funktioniert. Das ist schon. Jetzt kommt er gleich wieder. Ich weiß nicht. Ja, bei mir hat er das ja nur alle vier Minuten gecastet, ne? Ja. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Was waren denn die Koordinaten? Ach, hier. 30 Blöcke noch. Oh. Warte mal. Minus 900. Oh. Alter, wir sind schon... Wir sind schon viel zu weit, Junge. Herr links? Nee. Bei der Z-Koordinate. Ja, das macht ja nichts. Ach so. Wir müssen jetzt hier noch in die Richtung. Ja. Ja, aber... Minus... Ach so. Dann lass mich mal puddeln. Ich hab ja... Glaub ich. Hm. Perfektivität. Ich mach die Augen zu, okay? Langsam hochbuddeln schon. Hochbuddeln. Hochbuddeln? Ja, aber bevor der Wasser kommt... Ja, aber irgendwann müssen wir ja hoch. Ja, aber irgendwann müssen wir ja hoch. Das ist ein Traitor. Siehst du ja, wenn der Wassertruppel runterkommt. Oh. Mal schauen, wie weit wir weg sind. Okay. Ja, man sieht nichts. Scheiß Kies, Alter. Warte, gehen wir weg da? Warte, ich... Oh. 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 Ich hab verpaul immer. Jetzt musst du buddeln. Vor allem, ich hab das Kies nicht mal angebuddelt. Nein. Alter, wir sind genau neben dem Tempel. Wui. Warte, ich geb dir einen Milcheimer. Seid vorsichtig. Sollen wir nach rechts buddeln also, oder was? Ja, wir sind links davon. Links davon. So, bis mal hier ungefähr. Warte, ich mach erstmal das Scheiß Wasser hier weg, ey. Genau. Wir machen uns hier eine große Fläche. Wie bist denn du? Ah, hier. Jetzt sind wir nach oben, sagst du? Hm. Hm. Wollen wir nach oben buddeln? Ja, jetzt müssen wir schon nach oben. Hier. Links. Ja, wir stoßen so oder so auf Wasser. Ah. 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 Ich hab zum Schitzel immer mehr das kaum. Wie viel hast du denn noch? Keinen mehr. Ah. Ja, dann kann ich nicht mehr viel mehr kühl. Ey, ist da kein Wasser? Nee. Krass. Nein. Oh. Ich geb dir meine... Achso, hast du wieder Abbaunehmen? Ja. Nice. Lass mal jetzt Kühle zwischen... Ja, Leute, ihr seht Action Pool. Achso. Ich wollt Partias zu holen, oder? Achso. Achso, was trippt mein. Ja, gut. Für 25. Nicht gut. Nicht optimal. Nicht gut für mich, ich brauche. I need to number one. It's not good for me. I do need somebody. It's not good for me. Hmm. Oh neiiiin! We tweaked! Oh, den... Dieses Spiel. Hoffentlich wird er da oben noch nen Creeper. Ein Skelett, ja... Hörte mich einmal und ich bin tot. Oh, die Spinne, geil. Was spawnt ihr eigentlich noch, ey? NEIN! RAN! Oh Gott! Die Spinne hat mir den Weg abgeschnitten. Eieieiei... I don't need no... I don't need no... I don't need no... I don't need no... Na gut, dann lass ich mir schon mal... Hm? Ne, ich hab ja mit Carsten geredet. Hm? Hat er sich mal weg von den Häuslern oder? Ne, ne... Und die alle... Du hast es weg, was? Du hast es verkt auch nicht, ich will das hier fertig kriegen. It's not good for me... Dann guck ich mal bei den Kühen vorbei... Dass die mal... Produktiv! Ja, die haben gerade erst... Was? Make love, not war. Ich mach uns da irgendwie noch ein Stack Eimer... Ja... Wird mal bloß ein paar Kühe mehr behalten... Okay... Ja... Kann man ja nicht wissen... Hm... Es stimmt... Er ist nicht... Gert 16 Aimer... dreimal abdallah ein Nee, Mann, ey. Oh, scheiße, Mann. Jetzt ist ich erstmal wieder Christian Schumann. Das ist der ich. Das ist auch nicht Freundlichkeit, ne? Ich tolerier das Ding dann nicht mehr. Ich bin nur ein lieber Nachbar. Nee, du nicht. Was? Krass, Mann. Das ist nicht gut für mich. Jo, daraus wurde ein Holmen, ist klar. Hex. Korrekt Hex. Jo, hier ist ein echter Skellet. Ne Kuh. Du, ein Lever... Bleib gestehen, du Misfit. Achso, kriege ich Mulch eigentlich immer? Oder können die auch nur einmal Mulch kriegen? Weiß ich nicht. Ich hab jetzt bei allen drei in einzeln geholt. Achso. Aber kann gut sein, dass die... eine Pause brauchen. Und Pause brauchen. Und Pause brauchen. Wie viel halten wir über Pikmänner aus? Nicht so viel. Ja. Ich kenne den mal. Oh ja. Die hörten nicht viel aus. Wie ist sie? Wer kommt der, ihr Pussys? Oh nein. Die kam von oben. Christian, ich brauch dich. Wo denn? Im Lever. Ja. Hey, die gehen alle durch den Lever durch. Das leckt ihr uns im Lever. Oh ja, ich bin schon zwei Stück draußen. Oh ja, jetzt hat sie Carsten angeschlagen. Los, Carsten. Fick sie. Das wär gut, dass wir im Epix-Battle haben. Habt ihr sie? Nice. Verdammt. Die kam. Drop me halt. Hm. Hier kommt die ganze Zeit was durch. Ja, auch andersrum. Da wenn du in Lever gehst, sind ja immer irgendwelche scheißfische Kühe und so. So ein Haar, das ist scheiße, wenn sie in den Lever gefällt. Weiß auch nicht, was mit ihm geschieht. Ne, ich kann ganz... Ich kann die ganze Zeit ernten. Von einer. Ja, mal gut. Allerdings. So Leute, ich bau mal ein bisschen Dirt. Was machst du? Ich bau ein bisschen Dirt, aber ich werd da oben noch viel brauchen. Oh Mann, oh Mann. Ich mach das noch sehr weit entfernt. Ja. 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 Okay. Das war ja... Hingekommen. Oh ja, hier kommt er dann. Ich sag mal, wo bist du überhaupt hingelaufen? Ich bin bei mir. Du bist hinter mein Haus gelaufen, Muti. Ich hab die Spinne getötet, die dich gefolgt hat. Ja. Den, den, den. Ja gut, soll mal runterholen. Die Miner! Wurden wir uns da gerade hin. Boah, fast führ ich die Klippe runter. Kenn mich hier gar nicht aus. Ist bedenklich. Du kennst dich hier bedenklich gut aus. Ja. Musst du mir da noch ein paar Milch einmal geben? Ja. Ich würde dich da töten. Ich hab gar keine Schaufel dabei, hast du? Ja, ich hab ein paar. Boah, das ist so ätzend hier, Alter. Dieser Architekt sollte getötet werden. Entschuldigung, dass ich so schnell reingebaut habe. Ja, ich... Ja, ich... Ich hab letztens die Folge... Ja, ich hab die auch kurz gesehen. Ich hab letztens endlich mal das Finale gesehen. Und ich fand's eigentlich immer schön. Ich fand das Finale auch gut. Ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und so. Das war doch die Folge, wo sie sowieso... Ist nicht schlecht. Haben so Robin meinte ja auch so, so... Jo, eigentlich... Der perfekte Typ, so und so. Ach Gott. Aber dass sie das immer erst so spät einsieht und so, das... Frauen halt. Ja, das ist so... Ja, Leute, wir sind hier... Hoffentlich wird das... Wasser nicht kommen, sorry. Macht nix, ich guck mal, was das ist hier. Oh, wir sind genau unter dem Tempel. Sind schon... Oh, okay... Also, das sind genau unter dem Tempel. Im Tempel auch? Ja... Ja, kann sein. Ich hab halt nix gesehen. Mach das da mal zu, das Wasser. Ja. Ich nehm auch mal ein Schlückchen Milch. Oh, come on. Oh, drinkers milk. Cinnamon, what? Ist das die Hölle? Ist so. Oh, stoppangst. Ich hab irgendwie Angst. Wieso? Okay, da trifft Wasser. Aber hier nicht. Ach, lutsch deine Mutti mal den Anons. Pfff... Da ist das! Okay, da rüber ist Wasser. Hm. Aber schöne Steine. Hm. Hm. Ja, so... Unter allen von dir, ne? Hm. Kies. ist schwul. Schwululululululu. lluaululuuurl. Alter, die sind wunderschön. Ich seh gar nix. Warte mal, wir sind im Tempel drinnen. Mhm. Aber hier ist alles unter Wasser. Ja, das ist echt schade. Warte, da glaub ich nicht. Oh, warte. Oh, lass mich wieder runter, schnell. Ich geh gucken. Bleib hier. Jaja. Ohhhh. 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 Nee. Rückzug. Rückzug. Ich geh jetzt dann so, ohhhh. Nee. Ohhhh. Scheiße. Flo. Rette mein Schwert. Ohhhh. Rette. Rette. Seine letzten Worte. Rette mein Schwert. Christian, ich doch. Ist alles unter Wasser. Ja, nun? Rette mein Schwert. Ja. Ich hab's sogar. Und sonst nix? Doch, das andere hat am besten auch alles. Ja, das passt hier aber nicht. Ich werf mal den ganzen Schwert weg. Nee, ich will... Jetzt Eiszeit kannst du wegwerfen. Geh da nochmal hoch. Guck mal. Guck mal. Ich find, wir bauen hier erstmal gleich so ne Minibasis auf. So weißt du, dass wir das, das Wasser verdrängen. Wir verdrängen. Ja. Wir verdrängen das Wasser, das Licht. Weißt du? Ja. Ja, das kann man ja auch wegmachen. Wenn man überall Blöcke hin platziert und dann wieder abbaut. Ja, ja. Ja, das ist dann wieder... Ja, du brauchst einen Weg, wo es lohnt, lang zu gehen. Ja, ich muss hier erstmal gucken. Schnell wieder runter. Ach Gott. Fast ertrunken. Ja, nicht ertrunken, aber schade. Mal gucken. Und das wollen wir ja auch schon nicht. Scheiße. Scheiße. Oh. Oh. Leute. Genial. Jetzt lass mich hier mal hoch. Man sieht hier auch nix. Das ist so dunkel ohne Wasser. Ja, Abbaulähmung. Cool. So, ich bin da. Cool. Wir brauchen nur ein bisschen was zu essen. Du brauchst was zu essen? Hm, ich hab... Was zu essen. Ich hab ja den Brot. Hm. Lass einfach den Wasserfall runter. Ja. Das kommt mir schon entgegen. Oh, hallo Mr. Wächter. Da kommt es. Oh, hab ich es verpasst? Nee. Jo, gib mir da einen scheiß Nasser Rack, ey. Nee, das liegt da unten allgemein. Aber das Nasser Rack ist hier wichtig. Ja, gut. Stimmt. So, hab ich das Wasser jetzt mal gekillt? Hast du noch Abbaulähmung drauf? Genau. Mhm. Hast du noch Spitzhacken von mir oder so? Mhm. Okay. Ich hab mich schnell durchgehauen, ja. Hab mir richtig gehört. Mhm. Das ist ja das Kerle am Never. Dings, die Zeugs. Wir brauchen eine Kuh hier unten. Ja. Oh ja. Unter mich. Was möchtest du denn machen? Ich will hier das Wasser verdrinken. Ja. 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 Das kann ewig dauern. Ja. Das dauert ne Weile. War ja gut, wir erst mal Schwamme finden. Was können die? Wasser aufsaugen, oder? Mhm. Mhm. Hm. Hm. Hast du nix mehr? Doch, ein bisschen noch. Zwei hab ich noch. Hm. Oh nein. Mach den Block weg. Ja, warte, warte. Das hatte ich gerade auch. Warte. Ich schwimm gegen Strom, Johnny. Ich glaub. Okay. GG. Rette mein Schwert. Hahaha. 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 Haha. Genial. Hahaha. Oh man. Ach Pupsi. Ja super, halt. Komm hier nicht mehr raus. Hä? Leute, wir beenden hier. Aufnahmen. Das wird hier nicht mehr schwänder. Tschüss. Tschüss. Hahaha. shows. Dann eher einen Film aus.